Nicht losgehen, Münster mit Mehmet Kara. Piyosek, Münster sucht früh die Tiefe und kann bis weit in die gegnerische Hälfte kombinieren. Reichwein sieht Kara, der das selbst eingeleitet hat. Kara, Tor! Fünfte Minute. 1-0 Münster. Piyosek will den so eigentlich nicht spielen. Zufall, dass der Ball zu Reichwein kommt. Aber dann spielen sie es richtig gut. Piyosek! Piyosek! Die armen Großasbacher Rückstand. Und dann muss auch noch ihr bester verletzt raus. Der ehemalige Bundesliga-Bundesliga.